Sie möchten Daten, zum Beispiel Bewerbungsfotos oder vorhandene Bewerbungen von Ihrem USB-Stick bearbeiten und wieder auf Ihrem USB-Stick speichern? Dieses Video beschreibt, wie Sie USB-Sticks an diesem Bewerbungs-PC sicher entfernen und dadurch verhindern, dass Daten, zum Beispiel an dem PC erstellte Bewerbungen, verloren gehen. Sie können dieses Video jederzeit durch Schließen des Videofensters abbrechen und später erneut starten, indem Sie im Themengebiet Hilfe, Bedienung, Informationen das Video USB-Stick sicher entfernen per Doppelklick aufrufen. Nachdem Sie einen USB-Stick unterhalb des Monitors an dem Platz einstecken, wird dieser automatisch an dem Bewerbungs-PC erkannt und eingebunden. Ein Dialogfenster erscheint, welches Sie auf dem Bildschirm verschieben können, falls es im Weg ist. Ziehen Sie ihn dafür bei gedrückter Maustaste an eine passende Stelle auf dem Bildschirm. Solange der USB-Stick im System genutzt wird, bleibt der Dialog offen. Sie können nun Daten, zum Beispiel Bewerbungsfotos oder vorhandene Bewerbungen vom USB-Stick kopieren oder öffnen, bearbeiten und wieder auf Ihrem USB-Stick speichern. Bitte entfernen Sie nicht einfach den USB-Stick, nachdem Sie Ihre Arbeit beendet haben. Noch geöffnete Dateien könnten nicht vollständig auf dem Stick geschrieben sein und durch das Entfernen beschädigt werden. Klicken Sie bitte auf Aushängen, um eventuelle Schreibvorgänge sauber abzuschließen und den USB-Stick für das Abziehen vorzubereiten. Sobald das Dialogfenster nicht mehr angezeigt wird, können Sie den USB-Stick vom Platz abziehen. Der Dialog ist nicht immer sichtbar. Prüfen Sie daher, ob er über die Programmleiste aufrufbar ist. Eine Fehlermeldung wird angezeigt, falls das Vorbereiten zum Abziehen nicht erfolgreich war. In diesem Fall greifen noch Programme auf Dateien auf dem USB-Stick zu. Sie sollten den USB-Stick dann noch nicht vom Platz abziehen. Schließen Sie alle Programme, wie zum Beispiel das Textverarbeitungsprogramm, um sicherzustellen, dass auf den USB-Stick nicht mehr zugegriffen wird. Klicken Sie danach erneut auf Datenträger sicher entfernen, um den Vorgang zu wiederholen. Versuchen Sie danach erneut den USB-Stick zum Aushängen vorzubereiten, indem Sie auf Aushängen klicken. Wenn keine Fehler auftreten, verschwindet das Dialogfenster. Der USB-Stick ist nun nicht mehr im System eingebunden und kann gefahrlos vom Platz abgezogen werden. Möchten Sie den USB-Stick erneut benutzen, so können Sie ihn nach Entfernen jederzeit erneut am Platz einstecken. Er wird wieder automatisch erkannt und der Aushängen-Dialog wird erneut eingeblendet. Schauen Sie sich bei Bedarf die weiterführenden Hilfe-Videos an. Sollten Sie darüber hinaus Fragen haben, können Sie sich an unser Personal wenden. Schauen Sie sich an unser Personal wenden.